ARD Text im Auftrag von Funk Es ist das beste Naruto-Spiel, das jetzt rausgebracht wurde. Vom Kampf ist hin das beste Spiel. Die Grafik ist wie immer einfach geil bei dem Spiel. Ich habe gerade die erste Runde überstanden. Ganz knapper Sieg. Also mein Gegner richtig, richtig gut. Hat aber doch gereicht. Und jetzt mal schauen, wie es weitergeht. Also ich bin im Finale. Besser kann es wohl schon laufen. Er ist mitgewonnen soweit. Ohne Anmelding. Eine Runde, dann gegen einen anderen Spieler kämpfen. Und derjenige, der eben gewinnt, ist dann eine Runde weiter. Und der schwerste Kampf war natürlich das Finale. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.